und damit willkommen zurück zu einem neuen spiel dreinjagd in spongebob swarmcob the cosmic sex ho verles anypersons bietern in 49 38 in der handschuhwelt mit copyright musik im hintergrund starten wir so erstmal kommt das heiße woran der letzte reiner ehrenlos verkackt hat das macht man ja nur da um die klonen zu holen sonst ist das einfach straight up durchdrehen als ob der es auch so bekannt und jetzt kommt eine werbung die letzten fünf jahren haben google ads lalalalalalalala synkoll feel good ich hab den song gerade gestern noch gehört das ist so geil was macht der jetzt lol holy shit belastliche hier ist der domten Falls du das hier sehen solltest, irgendwie, keine Ahnung wie, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mal in ein Spongebob Swamp Pop The Cosmic Save Any% Overless Spider reinguckst, LoL, den hier und dabei auch No Copyright Hintergrundmusik reinkriegen und dann einfach darauf reagierst, weil Bruder ist daran, krass. Und, aber erklär auch in dem Video bitte den Overless und erkundige dich bitte, bitte danach. Du wärst dann noch besser als der beste YouTuber weltweit für mich. Viel Spaß! Weil bei mir ist gerade ein YouTuber dir auf den Fersen und zwar ist die Saddle. Der macht ja auch so geile Videos. Kannst ja auch mal vorbeigucken. Aber bist ja noch knapp dahinter. Powers of the Sun würde ich raten als der Song, LoL. Das ist wieder ein Kampf, den können wir stippen kurz. So, jetzt ist er da. Sammelt wieder das Teil ein. Saugt die Dullis ein. Und hat dem das Saddle hinzugefügt. Und macht jetzt gerade das und jetzt hat der Dulli da nur noch eingehoben. Aber Digga, wie krasse die dran Glitzes hier drinnen dabei sind. Weil Bruder ist der Ron geschissen krass. Und ich glaub das ist auch der letzte Teil, weil ich die beiden ineinander schneiden werde. Mal singen. Im Zsens an. Mit der Rei. Musik. 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 Superhero, glaube ich, das ist auch ein LOL. So ein kleines bisschen, das gebe ich natürlich auch hier und jetzt lass noch ein letzter machen, oder ein vorletzter, weil ja noch die Kredits und so eine Ahnung. Und er hat den Run abgeschlossen, in 49, 38, 31. 31 halt. Funny. Okay. 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 Zeiss! Freunde, vielen Dank, dass ihr euch alles hier gegeben habt. Dieses Video und auch gegebenenfalls die letzten Videos, wenn ihr die letzten Videos euch auch angeguckt habt. Ehrenhaft von euch. Vielen Dank fürs dabei sein bei diesem tollen Speedrun- anguckt Projekt. Jede Woche ein bis zwei, vielleicht sogar drei Welten. Das weiß ich noch nicht, weil noch nichts als jedes Bra... außer der Any% Run mit Hover, Glitz. Aber Bruder, dieser Run ist so gestört. Speedy Shadow und Domtendo sind unten in der Beschreibung verlinkt. Ich würde sagen süß, Leute. Ronny. und hier habe ich